Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie rechnet ihr eine Oktalzahl in eine Binärzahl um? Wie funktioniert sowas? Und das zeige ich euch wieder an einem Beispiel, und zwar die 7,5 im Oktalsystem. Wie wandelt ihr die ins Binärsystem um? Klingt ja zuerst mal ziemlich schwierig. Aber ihr wisst ja noch, Binär, die 0,0,1 entspricht der 1, die 0,1,0 entspricht der 2, die 0,1,1 und die 1, 0,0 und 1, 0,1,1, äh, 0,1,0 und die 1,1,1. Hier die 3, 4, 5, 6, 7. Diese Tabelle kennt ihr ja bereits, und mit dieser Tabelle, einige von euch werden es bestimmt schon im Kopf haben, können ganz einfach diese Aufgabe lösen, indem sie sagen, ok, 7 ist 1,1,1, 1,1,1, die 5 ist hier die 1,0,1, 1,0,1 und zack, habt ihr die Zahl vom Oktal ins Binär geschoben. So einfach geht das. Machen wir noch ein zweites Beispiel. Also hier haben wir die 1,6,4 im Oktal. Und da geht es genauso. Die 1 ist 0,0,1, 0,0,1. Die 6 ist die 1,1,0, 1,1,0. Und die 4 ist die 1,0,0. Ja. Und das war es auch schon wieder. So einfach geht das. Das war es im Dualen oder im Binären. Ach, weil es so schön ist, machen wir noch ein drittes Beispiel. Die 3,4,7. Im Oktal geht. Hier 3 ist 0,1,1. Und die 4 ist die 1,0,0. Und die 7 ist die 1,1,7. Äh, 1,1,7 sag ich schon, die 1,1. So, und das war es. Leute, so einfach geht das. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotanik in 5 Minuten. Ich würde euch lieber vorstellen. Das war es einmal. Bis dann.